es es ist ein sehr egal der 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 regt sich aber auf ihr bei jeder kleinigkeit auf der ist so jedes mal wenn er stirbt rastet er aus aber der zockt halt wirklich echt nur der der lädt echt nur die besten runden hoch deswegen kommen ja teilweise so lange keine videos also ist er doch nicht so pro wie ich dachte schlecht ist er schlecht ist er nicht ja ja ist klar nicht so pro wie ich dachte hast du gedacht er macht immer 200 plus gameplays oder wie nee aber dass das schon ein bisschen was drauf hat welche geklaut 1 bis 8 was für eine zahl wie 1 bis 8 1 bis 8 kannst du ja eine zahl aussuchen 4 an mit hier schnell zielen und rotpunkt hättest du jetzt gesagt zielsucher dann hätte ich dich umgekommen alter ich hasse zielsucher heißt das heißt überhaupt zielsucher drauf ziel ich finde zielsucher naja ich weiß nicht ich finde es scheiße bei mgs ja ich finde es scheiße da kann man sich irgendwo hin das ist das ist wie bei battlefield 4 beim sniper äh hier das wie heißt das diesen thermal das thermal ding ja das finde ich genauso op naja doch wenn man sich bei äh da auf das ähm wenn man domination spielt und cappt sich dann oben auf das haus drauf und da kann man sich einfach da hinsetzen kann die alles spotten markieren das ist eigentlich finde ich übelst op alter hättest du nichts mal kicken ich hab den gekillt aber ich kam erst raus tut mir leid tut mir leid haftgranate gebrochen hab ich na los na los ich werde irgendwie übelst ab also irgendwie äh hab ich auch gute laune keine ahnung warum geht immer gar nicht die mal mit ihrem mg irgendwo rumgammeln mal kurz ein bisschen campen hier ooooh das war so gekillt Hunter killer drohner kommt schon hier 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 zack die brauchen wir nicht ooooh shit man hast du mich jetzt erschrocken unten ist einer ja hab ihn ja auch deswegen glaube ich mein assist bekommen komm noch ein assist oder so 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 blitzschlag hab ich jetzt auch noch danken nehm die ja schon weg naja ich hab's gehört oben ist glaube ich einer scheiße ich werde sie nicht los alter wie ist wieder ein text der mich denn ey was für ein lacker ey hafgranate alle weg unser sensor erfasst ihr zieht ach hier verbündeter blickschlag gegen davor nein alter negative wirkung alter gar kein what the fuck wie blitzschlag kann ähm ist nicht sogar der beste doch nicht boah ich muss meine kd beibehalten boah 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 land ausgeschaltet alle die ganze zeit ein Krästen glaube ich oder einen mit der samtex killen Alter, was ging gerade ab? Da runnt einer, äh, runnt. Rett einer Wurm mit, äh, äh, mit so'n scheiß Pistolen. Denkt er wär ich. Alter! Ja, Alter, warum soll man doch sterben? Roll. Maaan, der mit seinen Akimbo-Scheiß. Warum leckt das denn? Hier, Frame-Einbrüche, FTW. Moment mal, Leute. Okay, das ist ja gut. So, an den, ja, jetzt ist es wieder. Ja, jetzt wieder Dreifisch. Alter, was ist das los, was ist das los, Alter? Was ist das los, Alter? Ich seh, wär's hier schon... Keine Ahnung. Blöde. Wie wär's denn da mit irgendeiner Drohne? Hm, ja, ne, da eh nur 5 Kits sind. Achso, ja, scheiße. Nöt nicht. Ne! Alter! Alter, da flogiert der. Alter, da flogiert der. Alter, mit seinen scheiß Akimbo-Scheiß. Scheiß Akimbo-Scheiß, Mann. Ich hasse sowas. Das machte ich ja schon bei Dingens hier nicht. Bei... Bei MB2 nicht. Mit, äh, hier... G17 Akimbo oder so. 17 Akimbo ist ja wohl auch, du bist überhaupt... Äh, OP. Ja. Ah, noch einen Kill kam. Da war er. Ja. Unsere Spuren wurden verwischt. Gute Arbeit. Komm, ich hätt'n Street 60 gemacht und dann... Das war fun, weil es hätte zu killen. Und ich auch dran gedacht h... hätte. Ich nicht. Oh, komm, nicht Turbine, bitte. Eins bis ab. Baut mal gegen Turbine. Welche Klasse jetzt? Drei. Baut mal bitte gegen Turbine. Ah. Dagegen, ja? Ja, ja, dagegen. Alter, komm. Ich hab'n Bock auf Turbine. Ich find' die Map so sch...